Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Dead by Daylight Video. Wir sind heute mit dem Jakey Boy unterwegs. Ich hab nur vor, Quatsch zu machen, mit dem Killer zu spielen und Spaß zu haben. Okay, Muddas Behausung. Die Karte mag ich. Hello. Oh, ist ein Ghostie. Ich würde gern Krach machen, dass er mich findet. Ähm, warum darf ich den Haken hier nicht sabotieren? Das habe ich in letzter Zeit öfter, dass ich Sachen nicht anfassen kann. Jen geht, gut, das hatte ich nämlich eben auch. Ghostie, was machst du? Guckt im Schrank nach. Würde es sich lieber mal nach hinten drehen, Kollege. Komm, wir machen Krach, dass er uns findet. Da ist ein Haken, der geht. Er hat wen anders. Aber er hat Bock auf uns. Nice. Dann let's go. Ich versuche mich mal ein bisschen doof zu bewegen. Vielleicht schlägt er dann doof. Ja, da dagegen und bam. Ja, der ist daneben. Komm wieder. Oh Gott. Dann werfen wir die direkt runter. Oh, okay, okay. Er will Mindgames machen. Er will gar nicht einfach nur nachlaufen. Ne, warte mal. Stockt er mich? Ja, der stockt mich. Oh, ich konnte ihn nicht rausmachen. Au, au, au. Das war daneben. Ah, das wird jetzt gefährlich. Ich weiß zwar, hier müsste eine Palette sein. Ja, hier ist eine. Aber, uff. Wie soll ich das hinkriegen? Ja, warte mal. Werfen wir direkt runter. Er zerstört sie nicht. Gut, da chillen wir hier, bis er kommt. Ja, und gehen jetzt drüber. Das war zu langsam. Verdient am Haken. Verdient der Schlag. Fang. Save me. Der kommt da. Oh Gott, gib Gas. Ich habe keinen Dead Art oder sonst irgendwas. Ich kann nur schnell durch Fenster springen. Komm. Hup. Ui. Ja, Kollege. Was willst du machen? Ja, komm, wir laufen immer so ein bisschen dran. Vielleicht schlägt er. Ja, mach da. Komm, wieder ein bisschen dran. Wieder. Ja, nee, nee, nee. Ich laufe da nicht rein, Ghostface. Musst du nicht denken. Brr. Oh Mann, ey. Oh Gott, geht's noch? Ey, wir können das machen, bis die Jens vorbei sind. Ah, okay, okay. Geht er weg von mir? Nee, er kommt. Uh. Ich bin doch nicht an der Palette. Alter, ey. Okay, das Fenster. Da gehen wir wieder rein. Er geht weg. Endlich. Puh. Ja, Mist. Da konnte ich den Haken nicht sabotieren. Aber wir befreien die. Komm. Oh, der Typ T-Bag. Der ist auch toxic unterwegs hier. Guck mal. Und schlägt sie. Komm, da wirst du direkt jetzt den Anhuck kriegen. Vor deiner Nase. Eine Sekunde weg. Und zack, ist sie unten. Fengmin. Geh weg. Der sieht dich noch. Der soll uns sehen. Ich lege es aber heute auch drauf an, Leute. Also, ich werde sicherlich öfter liegen. Oh, ja. Ah, 30. Ja, ja, ja. Nee. Der Fake funktioniert mit mir nicht, Kollege. Nee, 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 nee. Nicht kurz weggucken und dann schlagen. Das habe ich erfunden. Das habe ich schon bei Release gemacht. Geh weg. Oh, das war, glaube ich, das mit Pointen war schlecht. Ich lege es aber auch wieder drauf an, Leute. Oh, nein, Band. Nein. Ja. Liegen wir wieder. Ja. Der mag mich nicht. Der mag mich ganz und gar nicht. Nee, so wie er hier stehen bleibt, mag er mich wirklich nicht. Mal gucken, ob wir jetzt einfach totgekämpft werden, was verdient wäre oder ob wir irgendwie noch ein Save schaffen. Jedenfalls kommt jeder in unsere Richtung. Die sind erpicht darauf, uns zu befreien. Ja, geht wem nach. Ja, jetzt deine Chance, Fangman. Oh, ne, er kommt schon wieder. Okay. Killercheck direkt wieder. Komm. Aber ich glaube, diesmal schaffen wir das Fenster nicht. Ich versuche mal was Neues. Beziehungsweise was anderes. Antäuschen. Rüber. Ja, da ist der Schwung. Oh, schaffen wir das. Komm, komm, komm. Noch einmal. Bitte, bitte. Ja, sehr schön, Ghostface. Und jetzt Palette. Getroffen. Ja. Ey, da darf ich mich selbst mal feiern, Alter. Mehr Glück als Verstand. Aber es macht gerade mega Spaß, gegen den zu spielen. Der denkt immer, ich bleibe mit Paletten drin stehen. Wir haben ja eigentlich einen schönen Loop. Den kann ich noch ein bisschen ausreizen. Außer er geht wie jetzt nach. Naja, Doublebacked. Erstmal noch ein Doubleback. Wieder Doubleback. Ja, ich glaube jetzt müssen wir werfen, oder? Oh Gott. Ich werfe einfach mal. Er geht weg. Er lässt schon uns ab. Puh. Nöd, nöd, nöd. Gott, da hat er wirklich eine noch mit nöd bekommen und die ist gestorben, ey. Verfolgt er die andere? Ich meine, die eine liegt. Ja, ich weiß nicht. Kann ich befreien? Oh, ja, er hat sie. Jetzt wird es schwerer. Die liegen alle nah beieinander, die zwei. Er hängt sie wahrscheinlich direkt da auf. Jupp. Was macht er? Wenn er die andere hochhebt, können wir befreien gehen. Äh, er steht. Er T-backed. Oh, die hat sich selbst befreit. Die hat die vier Prozent bekommen. Ja, komm. Ja, er will die eine. Jetzt weiß er nicht, was er machen will. Soll ich sie aufhängen? Soll ich die andere jagen? Er ist irritiert. Und das ist schlecht. Wir sind in der goldenen Mitte hier. Komm her, ja? Da kann ich dich heilen, wenn du näher kommst. Ja, er lauert noch. Er guckt noch. Sie hat ihn aufgedeckt. Weißt du was? Äh, wir warten kurz. Und dann gehen wir hin. Ja, komm. Geh mal hin. Lauf, Fangman. Lauf. Warum läuft die da links lang? Das ist doch viel. Die macht so einen großen U-Turn. Ja, komm, Ghostface. Komm zu mir. Komm her. Komm her. Na, oh, Fangman. Dann müssen wir rausgehen. Ich hab keine Wahl. Ja, das Medikit schenke ich dir. Bye, bye. Claudia. Was machen wir? Okay, wir verstecken uns hier. Komm. Was up, fuckers? Will der farm? Ja, hallo, Kollege. Was möchten sie denn? Weißt du was? Geh ihr nach. Der... Oh, nee. Du weißt. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Der. Hol sie. Das ist ne Blendet. Oh, er geht... Oh, der will die wirklich haben. Ja, komm. Die da. Fass. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der farmen will oder ob der ernsthaft spielt. Vielleicht mag er auch einfach nicht wie ich, Clodads. Er hat sie getroffen. Ja, nice. Ne, nicht mich. Die da. Oh. Okay. Ich glaub, der will farmen. Wir gucken mal, Leute. Wenn er sie direkt auf... Okay. Hängt er sie auf oder sollen wir sie heilen? Das... Er hängt sie auf. Er will nicht farmen. Alles klar. Okay. Geh... Na, geht nicht an den Haken. Scheiße. Wir müssen sie aber jetzt befreien. Und danach muss ich den an den Arsch bekommen, dass die die Gents machen können. Okay. Da hängt er sie auf. Er geht weg. Er geht weg. Sehr schön. Da können wir direkt instant befreien gehen. Wir haben hier einen schönen Setup. Jungle Gym. Ähm. Killer Shack. Kommt er wieder? Ja. Oh, Clodad. Wir blocken uns. Okay. Okay. Er ist weg. Komm, Ghostie. Mir nach. Dass die anderen mal was Produktives machen können. Wir dürfen... ihn nicht verlieren. Also, er darf uns nicht verlieren. Da ist er. Ja. Siehst du mich? Ja, er sieht mich. Er sieht mich. Sehr gut. Gut. Wolang geht's rechts rum also? Ja. Die müssen wir werfen. Kein Stun. Wow. Dann wieder zum Killer Shack. Das Fenster ist hoffentlich wieder offen. Ja, das ist offen. Gut. Bam. Oh Gott. So viele Double Bags. Hat er mich jetzt echt verloren oder geht er hier rechts rum? Er geht. Er geht hier rum. Okay. Dann direkt wieder durchs Fenster. Bup. Kollege, geh auch durch. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Oh. Okay. Er geht wieder zurück. Dann können wir zum nächsten Jungle Gym gehen. Ja. Ja. Respektier die Palette. Da kann ich das Fenster bekommen. Sehr schön. Okay. Er hat uns verloren, oder? Sieht ganz danach aus. Ne. Da ist er. Warte. Komm. Aufdecken. Komm. Ja. Kommen Sie mit, Kollege. Nur noch einen Gen. Ja. Da. Jetzt. Endlich ein Stun. Genau. Dann durchs Fenster. Der nutzt halt die Fenster zu wenig. Beziehungsweise viel zu spät. Lässt er abfummt. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Gut. Macht die Palette kaputt. Dann gehen wir wieder zu einem anderen Jungle Gym. Und er ist noch an uns dran. Sehr gut. Genau. Gehen wir wieder da durchs Fenster. Manchmal reicht es wirklich einfach nur, kalter Rückenschauer in Widerstandsfähigkeit drauf zu haben. Er ist weg. Warum springst du da jetzt durch, Mac? Really? Bringst du direkt wieder meinen Arsch dran? Geht er mir nach? Ja, er will mich. Komisch, dass er am Anfang so farmen wollte. Das verstehe ich nicht. Du hast doch schon gesehen, ich bin durch und dann drückst du noch M1. Okay, wo lang geht's? Wo geht's lang? Äh. Oh. Okay. Was macht denn der? Komm, heil mal dich, Mac. Oh, Mann. Äh. Oh, eine Taschenlampe. Ist zwar leer, aber nehme ich mit. Oh, Gott. Er geht nicht nach. Wie soll man die jetzt da rausbekommen? Wir müssen ihn weglocken, denke ich. Ja, jetzt kämmt er schon ziemlich brutal. Jeff muss halt mitmachen. Jeff muss hierher kommen und helfen. Komm, Ghostface, hier bin ich. Er checkt's nicht, oder? Naja, geht wieder rein. Springt wieder runter. Geht wieder hoch. Geht wieder raus. Da, hier. Ja, komm. Gott, verdammt, ey. Jahre später. Oh. Ja, komm, ein bisschen drehen. Oh Gott, ich muss mich nicht mal richtig drehen. Der schwingt immer viel zu kurz. Hallo, Ghostface, hier. Ja, er respektiert die Paletten extrem. Er bleibt immer stehen. Ich glaube, selbst ohne kalter Rückenschauer und Widerstandsfähigkeit würde ich da easy durchs Fenster jedes Mal kommen. Okay, Jeff geht befreien. Bleib hier. Ja, kommen Sie mit, kommen Sie mit. Ja, genau. Slow Vault. Dass er schwingt. Und jetzt geht er zurück, weil die Mech befreit wurde. Er geht runter, oder? Der ist nicht rausgegangen. Oder? Ich höre ihn noch. Der ist doch im Keller drin. Ja, der Isar. Der Isar, kommen Sie mit. Der kann Jeff in Ruhe die Mech heilen. Ah, fast aufgedeckt. Er geht auch zu selten in den Sneaky-Modus rein. Komm. Oh mein Gott. Ja, laufen wir ein Stückchen. Ich hoffe, wir haben da hinten noch eine Palette. Nee, wir haben nur Bäume. Helfen die uns? Oh Gott. Oh mein Gott. Da sind wir. Hier ist eine Palette. Hier ist einer. Sehr schön. Komm, stun. Dann. Ach, Kollege, ey. Du hast mich fertig. Da warten wir kurz, dass wir das Fenster bekommen. Ja, hier sind wir. Bub. Entweder leckt der oder, äh, der ist ein Anfänger. Oder hat echt, äh, eine sehr schlechte Runde. Das passiert mir manchmal tatsächlich aber auch, dass ich einfach nicht im Flow bin und dann komplett asynchron spiele. Ja, er schwingt jetzt nicht mehr. Er lernt dazu. Ja, hier sind wir. Das Fenster kriegen wir wieder. Das ist dann geblockt. Ja, da ist es zu. Okay, okay, okay. Oh, letzter Gen wird gemacht. Und er lässt von uns ab. Wow. Wieso denn? Da hätte er auch dranbleiben können. Naja. Tor ist auf. Machen wir noch einen Haken kaputt. Und dann würde ich sagen, da war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao.